Und damit herzlich willkommen und wir sind wieder da. Immer noch am Abhauen und ich glaube wir schaffen es sogar. Wir schaffen es, guck mal. Wir fahren hier hinten gerade raus. Ja. Ich bin nicht da. Oh weh. Ja, wir schaffen es, Alter. Wir schaffen es. Stimmt, die Kopfschmerzen. Yo, bam. Komm, 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 gib Gas, gib Gas. Hä? Ich habe schon geschafft, aber okay. Ich noch nicht ganz. Ich bin noch im Gebiet. Okay, sag mir wohl, dass kein Gebiet mehr ist. Ist hier noch Gebiet? Das ist im Wasser. Fuck, mein Zett ist im Wasser auf. Oh, komm. Oh, shit, was steigt der denn aus? Oh, nee, da kommen die Cops. Ich bin am Arsch. Ja, bei mir kommen keine Cops. Ja, du hast auch keine Sterne mehr. Stimmt. Aber lasst für den Robert auf jeden Fall mal ein Like da. Er hat es geschafft. Alter, komm, renn. Scheiße, ich komme nicht mit dem Auto hoch. Oh, der Kopf. Dieser Heli, shit. Der macht mir zu schaffen. Komm, komm, komm. Schwimm, schwimm, schwimm. Ich sehe doch ein Heli. Sonst würde ich dir helfen. Oh, shit, shit, shit. Ich habe die Zone gleich verlassen. Nein, der Heli. Okay, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Wegen dem blöden Heli, ey. Scheiß drauf, Alter. Scheiß, dass ich keine Sterne mehr habe. Ich bin doch kein Kameradenschwein. Feuer. Komm. Danke. Ja, Heli, schütze ab. Okay, gut. Ich habe wieder einen Stern. Ich immer noch vier. Okay. Oh, ich muss erst mal aus dem Wasser. Boah, ich habe überhaupt keine Munition mehr. Irgendwie zeigt der mir den Heli immer noch an. Der ist ein neuer. Oh, ey, ey, ey. Das könnte kompliziert werden. Oh, scheiße, hier ist ein Boot, hier ist ein Boot. Warte, ich springe auf das Boot und haue ab. Okay. Und lass dich da. Steig ein. Los, steig ein, du Penner. Oh, shit. Alter, der hat vor lange gebraucht, um einzusteigen. So shit ist er es noch. Ich versuche, ich versuche, oh, nee. Ah, nee, scheint für mich nicht so gut auszugehen wie für dich. Ja, ich war schon aus der Wage, deswegen war das ganz praktisch für mich. Steig mal kurz auf. Steig mal kurz von dem Motorrad. Komm, 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 komm. Steig von dem Motorrad. Steig von dem Motorrad. Steig von dem Motorrad. Danke. So, aber den Sport für heute haben wir schon getrieben. Ein paar Kilometer geschwommen. Dann kommt das Ding. So. Lalala, lalalala, lalala, 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 lalala. W.T.F. Hier steht einfach so im Kopf mit Punkern rum. Schiet Schiet Shit Wo bist du auf der Karte Du bist gar nicht weit weg Ich könnte dich mit dem Motorrad abholen Und der Heli Schon wieder Bist du auf dem Parkplatz ne Ja Fuck Komm Okay warte Ich bin saugut im Motorrad fahren Alter Schieß mich nicht ab du Penner So Oh ne ich bin gleich tot Hat keinen Zweck Ah was Das hat noch einen Zweck Naja versuchen geht Kann man immer Oh alles Oh dieses ganze Gebiet Oh da ist die Grenze Fahr einfach geradeaus Nein Ich hab ne Idee Okay Ach so Ciao you Penner Nein Shit ich bin gleich tot Erinnert mich an die erste Mission von Alter ich werd auch voll abgeschossen Von wo? Von GTA 5 Okay Und die haben dann einen Raub Werden wir alles noch sehen Hoffe ich bei mir Äh Äh Siehst du noch hinten drauf Ja gut Ja äh Ich hab mich auch gewundert Komm 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 Alter ich wurde auch gerade voll abgeschossen Wir haben durch die Decke geschossen Töne Idiotisch Alter Komm komm bitte Wuhu Okay gut Fahr einfach immer weiter Bin dabei Ich mach mal kurz verendet Oh ja gleich Oh ja gleich endet das Gebiet Fahr weiter Ach scheiße die Machen jetzt eine Linkskurve Okay Komm 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 Scheiße wir fahren jetzt wieder ins Gebiet rein Ne 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 bei mir endet's Bei mir endet's Alles klar Weil es hier wieder um die Kurve geht So Oder? Und jetzt geht's wieder rein Scheiß leise Fahr Ne warte fahr einfach geradeaus Die gehen wieder nach rechts Alles klar Ich bräuchte Leben Ich hoffe jetzt kommt kein Zug Ey das wär ihr das geilste Ja Dann Wir so Wir hauen auf Wir hauen auf Batsch Ah ne okay Ähm Ich versuch's noch ein paar Stationen weiter Ja ja Ähm Oh ja da sieht's gut aus Fahr einfach weiter Fahr einfach weiter Da sieht's gut aus Ähm Wir können ja abzweigen Fahr da aus ne 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 fahr einfach weiter Ich bin aus dem Gebiet raus Das dauert jetzt nicht mehr lange Sie blinken Alles klar Geile Scheiße Alter Sie sind weg Ey das ist auch noch geschafft hab Ich hab nur noch Nicht mal ein Zentimeter Leben Also bitte lass den Robert da für ein Like da Er ist so gut gefahren Immer Also Ich komm nicht mehr raus Ich bin so gut Was Fahren wir weiter oder gehen wir wieder raus Guck mal was ich für dich hab Boah Ja super Super Geschenk für dich Oh scheiß Mein Motorrad Kann sein dass du einen Stern hast Joa Ja weil der Cop rennt hier grad mit seiner Knarre Dir Zu dir Ja ja soll er kommen Ey ich bin direkt über dir Ich bin direkt über dir Ich kaufe erst mal Fahrkarten Ich kaufe erst mal Fahrkarten Nein jetzt hab ich einen Stern Geil Alter Ich komm zu dir Warte 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 Ich komm zu dir Ich hab doch kein Fahrzeug So 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 Trotzdem komm ich erst mal zu dir Da bist du da bist du Okay komm 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 Nein nicht runter Wir brauchen ein bisschen hoch Wir brauchen ein Fahrzeug Irgendwas Ne oder wir warten auf den Zug Zweifel dass die Züge kommen Oh geil ich bin so gut wie tot Komm runter Scheiß drauf Wir können auch laufen Ja Wir schwempen Auf den Gleisen Kommt hier überhaupt mal ein Zug Lol diese Menschen die laufen auf den Gleisen Wee Lol Denen geht's nicht gut Hallo Oh nicht Dich wollte ich nicht einnehmen Guck Ey ne Sag mal beleidigen sie mich hier nicht mal Sonst sind sie gleich alle Territ So weiter geht's Dam 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 Zu Fuß im Boden voll Weglaufen So geil Hallo Jetzt sind wir wohl weg mit deinem Messer Bin eh gleich down Oh du hast nicht mehr so viel live Okay ich bin aus dem Gebiet raus Ne ich hab noch ein Stück Okay Ja meiner ist weg mein Stern Ach ne doch noch nicht ganz Ich hab ja drei Sterne Schon Ich war ja noch so schlau Um Boden anzuschießen Ich bezweifel Also ich glaub Beruhigt können wir sein Es wird kein Zug kommen Denk ich mal Ne ich glaub auch nicht Multiplayer kommt kein Zug So Ähm Sieht schon hinten da hell aus Ne Die Map lädt nur langsam nach So Ja komm hier noch das Stückchen Dann bin ich gleich raus Ich renn dir einfach mal hinterher Ja 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 Äh was ist das denn Woher gerade für ein witziger Dichteffekt gewesen So ich bin draußen Drei Zwei Eins weg Okay lass hochgehen wieder Ich brauch auch unbedingt ein Ach ne ich hab Medipack Du brauchst eins oder Ja Okay Alter wie leer das auf einmal ist Hier keine Menschen mehr und so Gar nichts Was sind wir denn Ich guck mal hier auf der Karte Ah da sind wir Aha interessant Ja Ich seh da nix drauf So Nette Dame Oh alter 99 Cent Für ein Burger Meine Fresse So blieder Oh yeah Bei Burger Shot Da müssen wir heute nochmal hin Heute? Bist du unten oder oben? Ich bin jetzt ganz oben Okay warte Alter wenn ich nur ein Wenn mich ein Auto antickt Uh die Dämmerung Die Dämmerung Schick schick Boah alter ich kann sie gar nix mehr Boah ist das hell Boah alter Lass mir die Uzi Ich brauch die Uzi Auch das Leben da hinten So Hier auf der Insel Der einsamen Insel Was ist das denn hier? Voll cool Warte mal ich komm gleich Ich hol mir nur noch die Ja komm wir wieder auf die Insel Alter Das können wir irgendwann auch mal In Nachfolge machen Hier die Insel verteidigen Ja stimmt Warte hier Ich stehe im Busch Warte mal kurz auf der Insel Bin gleich da Hohen auch die hier So So Stimmt vielleicht nächste Folge Oder so mit Kobi Wieder ne Mh Können wir richtig schön Scheiße bei uns Und uns auf die Insel Schade dass Kobi jetzt nicht dabei war Ja Aber zu dritt wären wir auch nicht in Tourismo gekommen Ja das stimmt Hätte Kobi so hinterherlaufen müssen Hallo Könnt doch mal warten So Schwimm 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 Hallo Äh Jo Im Busch Alles klar Ich verabschiede mich für diese Folge Wir haben es ja noch geschafft Sogar mehrmals Vor den Boden abzuhauen Sind aus dem Gefängnis geflohen Haben ganz viele Leute gerettet Man hat es ja gesehen Also Ey Die ganzen Leute konnte man gar nicht mehr erzählen Also Egal Wenn euch das Video gefallen hat Ja dann Schreibt es in die Kommentare Wenn es dir nicht gefallen hat Dann Schreibt es auch in die Kommentare Denn so kann ich es dann Dürfte ich nochmal was sagen Ne halt die Schnauze Ja sag was an Ähm Ähm Huff Es wäre auch nett Wenn ihr in die Kommentare schreibt Wie ich so war Es war jetzt mein Sozusagen Erster Mein erstes Video Ähm Erste Lasswort Mit Servos Ähm Und ich würde mal fragen Wie ich mich so gemacht habe Schlecht Gut Mittel Was ich ändern könnte Dass es besser wird Ähm Schreibt es bitte mal in die Kommentare Denn ich überlege auch mal YouTuber zu werden Also Danke Also Kommentarfunktion Nicht vergessen Die ist nicht umsonst da YouTube hat sich dabei was gedacht Also bis zum nächsten Ciao 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 Einhorn